Ja, dann schaltet auf meinen Kanal. Ähm, nebenbei laufen schön die Pfeile durch. Sieht man rechts ganz gut. So, hier, die nächsten zwei Hälfte sind fertig. Alles klar, ein halbes Schwein kommt sofort, fünf Sekunden noch turkisch. Pack hier mal kurz die Sachen, die ich nachher noch scrappen möchte. Ähm, ja, ich wollte jetzt mal kurz ein bisschen warten, bevor wir in den Tag starten. Schon die ersten Leute wieder auf mich zu, glaube ich, hier, ne? Ja. Meine Volt-Hedge ist davon geflogen. Wie jetzt? Naja, ich konnte die denn oben draufsetzen. Und ist hier irgendwas in der Nähe, was mir gefällig werden kann? Das ist hier die Frage. Das ist hier nämlich mein persönlicher Albtraum. Bis zum nächsten Mal. Und da die Frage. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR